Achtung! Verteidigungsministerin Claudia Tanner besucht eine Vorführung des österreichischen Jagdkommandos in Niederösterreich. Das Jagdkommando ist immer dann in ganz besonderen Situationen da, zu Luft, zu Lande, am Wasser und auch natürlich in Österreich im alpinen Bereich. Wurde von den Scharfschützen der ungefähre Bereich der Geisel festgestellt. Die anderen Teams werden dann, je nachdem welches Team zuerst hier ist, die Geisel befreien. Gezeigt wurde ein Einsatz zur Befreiung von Geiseln während einer Geiselnahme. Ich konnte mich hier den ganzen Vormittag schon überzeugen von den Fähigkeiten des Jagdkommandos. Auch ich war beeindruckt, hier auch eine Vorführung einer Geiselnahme zu sehen. Hier in der praktischen Vorführung. Eine ganz besondere Gruppe, die unter Leitung von Obersegurk Habernag weltweite Anerkennung auch genießt. Die Österreicher können stolz sein auf ihr Jagdkommando. Geiselnahme 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 Geiselnahm